Hallo, mein Name ist Anselm Zessler, ich bin hier in Sursee, das ist in der Zentralschweiz und hier ist die Firma X ansässig. X entwickelt schon seit mehr als 40 Jahren fantastische Motorradbekleidung, Textiljacken, Lederkombis, Handschuh, Stiefel, Helme, alles was der Motorradfahrer braucht. Und heute möchte ich euch die Laminat ST Plus Jacke für Damen vorstellen. Ein ganz besonderer Schnitt, wie man sieht, also eine sehr, sehr schöne Linienführung für die Damen. Entsprechend gibt es natürlich auch ein Herrenmodell, was ich in einem anderen Film erkläre und natürlich auch entsprechende Hosen für die Dame und den Herren, die auch separat in einem Film erklärt werden. Was das ganz Besondere an dieser Jacke ist, der erste Eindruck schon, wir haben hier ein ganz anderes Material eingesetzt. Es ist ein Polyamid, hochabriebfest, reißfest, aber es ist sehr stoffig und es ist matt und weicht eben von diesem Standard glänzenderen Geweben im Motorradbereich ab. Also ein ganz hochwertiger, eleganter, feiner Eindruck. Und in dem Namen Laminat ST Plus steckt nämlich noch ein Geheimnis drin. Und zwar ist das die Konstruktion, wie wir diese Jacke wasserdicht und atmungsaktiv konstruiert haben. Üblicherweise wird hinter dem Außenmaterial noch eine Membran, wie eine zweite Jacke, reingehängt. Die ist dann zwischen dem Außenmaterial und dem Futter. Und wenn Feuchtigkeit von außen auf die Jacke trifft, dann geht die natürlich durch das Außenmaterial oder an Nähten durch und stoppt dann bei der Membran. Aber dadurch wird eine Jacke sehr schwer, wird schnell klamm und man fühlt sich auch nicht wohl. Man kann auch schnell auskühlen. Und wir haben eben hier eine Laminatkonstruktion gemacht, indem wir diese Membran auf der Rückseite von diesem stoffigen Außengewebe auflaminiert haben. Mit ganz vielen, ganz ganz kleinen Mikroklebepunkten. Und dadurch kann Feuchtigkeit, die jetzt von außen kommt, sich nicht mehr dazwischen irgendwo zwischensetzen. Die Jacke speichert die Feuchtigkeit nicht ab. Das heißt, wenn diese Jacke selbst nach längerer Fahrt im Regen ständig nass geworden ist oder ständig in der Feuchtigkeit war, schüttel ich sie einfach einmal. Die Feuchtigkeit tropft von außen ab und die Jacke ist genauso leicht und trocken wie vor der Fahrt im Regen. Und das ist eben halt etwas, was besonders gut ist, wenn man Anspruch an höchste Qualität hat oder jeden Tag zur Arbeit fährt oder eben halt auch auf der Reise oder auf den Touren unterwegs ist und morgens nicht in eine Klammerjacke steigen möchte. So, das ist auf jeden Fall schon mal der Aufbau. Damit das Ganze natürlich 100 Prozent wasserdicht ist, werden alle Nähte auf der Rückseite nochmal mit einem Tapeband verschweißt. Das wird also richtig mit Hitze aufgeschmolzen und dichtet die Jacke dann 100 Prozent ab. Und für die kalte Jahreszeit gehört für uns natürlich selbstverständlich auch ein Thermofutter dazu, was ich natürlich rausnehmen kann. Das zeige ich später nochmal, wenn wir die Jacke von innen anschauen. Jetzt braucht die Jacke natürlich auch für die heißen Sommertage eine gute Belüftung. Und die haben wir auch sehr geschickt angebracht. Und zwar sitzt die Belüftung, der Belüftungseinlass seitlich unterm Arm. Und das hat den Vorteil, dass wenn ich während der Fahrt auf dem Motorrad sitze, entweder mit den Händen am Lenker, dann habe ich eben halt hier einen sehr guten Eingang für die Luft. Weil oftmals auch das Cockpit den Wind natürlich oben über den Helm rüber leitet. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall eine gute Luftzirkulation. Und selbst wenn ich mit dieser Jacke als Beifahrer auf dem Motorrad sitze, habe ich seitlich immer noch den idealsten Lufteingang, weil die Luft eben auch den Fahrer vor mir umströmt. Also eine perfekte Anordnung für die Belüftung. Und wenn ich eine Belüftung habe, gehört natürlich auch eine Entlüftung dazu. Und die ist hier im Rückenbereich eingesetzt. Das heißt, die Luft, die reinkommt, geht natürlich auch wieder raus, durchströmt im Inneren die Jacke. Und die Jacke kann sich dann auch nicht aufblähen während der Fahrt oder Unruhe eben halt auch auf den Lenker geben. Also eine sehr, sehr gute Belüftungsanordnung. Und sie hat durch unsere Konstruktion mit dieser laminierten Membran auch noch den Vorteil, dass wenn ich jetzt den Belüftungsreißverschluss öffne, im Grunde genommen die Luft ja bis an den Körper ran kann. Bei üblichen Jacken oder bei Standardkonstruktionen hängt dahinter eine Membran. Ich kann zwar die Membran belüften. Hier belüfte ich tatsächlich denjenigen, der die Jacke trägt. Und der fühlt sich dann eben halt auch an heißen Tagen besonders wohl. Und zusätzlich haben wir hier noch einen Druckknopf eingearbeitet, wo dieses Belüftungselement auch noch aufgestellt werden kann. Das heißt, ich kann auch noch entscheiden, wie viel Luft einströmt. Das heißt, technisch schon mal sensationell gut und sehr hochwertig ausgearbeitet. Dann haben wir im Armbereich hier diese zwei Versteller. Die haben auch eine ganz besondere Funktion, dass der Arm natürlich enger am Körper anliegt. Aber natürlich auch, dass der Protektor damit nochmal an den Ellbogen rangezogen werden kann. Ich demonstriere das hier mal mit dem Protektor. Der sitzt nämlich dann in so einer Tasche im Inneren der Jacke und der wird an den Körper eben eng rangezogen. Und gleichzeitig haben wir die Tasche auch so konstruiert im Inneren der Jacke, dass ich den Protektor auch nochmal in der Höhe verstellen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einen Perfect Fit zu generieren und meine ideale Passform bei der Jacke zu finden. Der Protektor sitzt natürlich auch im Schulterbereich und hat gleichzeitig die Funktion, dass der Baumuster geprüft ist. Das heißt, wir haben hier eine Norm, das ist die EN 1621-1. Danach wird dieser Protektor geprüft und wir setzen auch den höheren Level ein. Da gibt es zwei Level, das heißt, das ist der Level 2 und das ist ein enormer Schutz. Der Protektor ist sehr weich und beweglich, passt sich dem Körper sehr gut an und hat gleichzeitig eben eine ganz enorme Schlagdämpfung. So, und im Rückenbereich befindet sich natürlich auch ein Rückenprotektor. Der ist auch nach der EN 1621-2 geprüft. Das ist eine spezielle Prüfnorm für Rückenprotektoren und auch der ist eben halt ganz beweglich und weich und hat gleichzeitig eine super Schlagdämpfung. Die Rückseite ist auch so strukturiert, dass hier noch die Luft zirkulieren kann. Das heißt, also auch diese Sicherheitsfeatures sind komplett durchdacht. Und wo ich gerade bei dem Punkt Sicherheit bin, es gibt eine Baumusterprüfung für Motorradschutzbekleidung, die dokumentiert im Grunde genommen den Schutz in Bezug auf Schlagdämpfung, Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit vom Material. Die dokumentiert auch die Prüfung, dass keine Chemikalien in einem Material drinstecken. Und das ist die EN 17092. Das ist also eine Prüfnorm, nachdem Motorradschutzbekleidung geprüft wird. Und X prüft die komplette Range der Motorradbekleidung nach dieser Norm. Und ihr erkennt es dann an diesem Booklet, was wir auch ans Produkt dranhängen, an dieser CE-Kennzeichnung. Und dann wisst ihr, dass es höchste Qualität ist und dass ihr eine wirkliche Schutzjacke zum Motorradfahren tragt. Also sehr viel Aufwand und so weiter, der in so einer Jacke drinsteckt. Aber Sicherheit ist eben halt das Wichtigste und ja auch die Aufgabe dieser Jacke. Dann haben wir im unteren Bereich hier Taschen eingesetzt. Die sind wasserdicht konstruiert. Die knicken auf der einen Seite ab. Dann kann das Wasser nicht durch den Knick. Gleichzeitig auch noch ein spezieller Reißverschluss in diesem Bereich, damit die 100% wasserdicht sind. Es gibt ganz gemütliche Einschubtaschen hier an der Seite, dass man auch mal, wenn man nicht auf Motorrad setzt, die Hände reinstecken kann. Und es gibt natürlich auch eine wasserdichte Gesäßtasche, wo ich dann auch nochmal die einen oder anderen Dinge unterbringen kann. Komfort ist ein ganz wichtiges Thema bei X. Wir achten also überall, selbst bei ganz vielen Kleinigkeiten, auf diesen Komfort. Und ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen. Das ist so ein Reißverschluss, der hier natürlich die Weitenverstellungen ergibt, wenn ich den Armabschluss über dem Handschuh oder unter dem Handschuh tragen möchte. Dass der Reißverschluss ganz bewusst einen Zentimeter von der Unterkante zurückgesetzt ist. Warum das? Wenn ich jetzt Motorrad fahre und habe den Reißverschluss bis an die Endkante und gebe Gas, dann habe ich ständig so eine Druckstelle. Weil natürlich der Reißverschluss logischerweise ja geschlossen ist und der drückt dann ständig auf mein Handgelenk. Das heißt, auch solche Kleinigkeiten werden eben halt bei der X-Produktentwicklung beachtet, dass man die Produkte in der Praxis testet und dann feststellt, dass eben ein Zentimeter entscheidet, ob ich den nötigen Komfort habe oder nicht. Oder es gibt Bereiche, wie hier oben am Kragen, da haben wir so ein Softshell-Material auf der Oberkante des Kragens eingesetzt, damit wir oben keine Naht haben. Weil eine Naht würde natürlich scheuern und das ist natürlich auch unangenehm und stört beim Motorradfahren. Das heißt, Softshell-Kante, perfekter Komfort. Und so wird im Grunde genommen das gesamte Produkt durchgearbeitet, von der X-Produktentwicklung bis es dann zur Freigabe für die Produktion kommt. Schauen wir nochmal in das Innere der Jacke rein. Dort sind natürlich auch Taschen drin. Wir haben eine Handytasche. Wir haben hier noch eine zusätzliche Tasche, wo man zum Beispiel auch eine Geldbörse oder andere Utensilien unterbringen kann. Wir haben hier noch eine kleine Tasche, eine Napoleon-Tasche, so nennen wir die. Und wir sehen auch jetzt hier das vorhin schon erwähnte Thermofutter, was man natürlich rausnehmen kann. Was natürlich im Sommer und an heißen Tagen noch mehr Komfort gibt und noch mehr Frische und Belüftung. Ja, und das Ganze wird natürlich abgerundet durch ein Netzfutter. Das Netzfutter ist hochatmungsaktiv, also da kann auch eben die Luft gut zirkulieren. Und wir sehen hier in dem Bereich noch einen Verbindungsreißverschluss. Das ist wiederum auch ein Sicherheitselement und typisch bei X, dass man einen Rundum-Verbindungsreißverschluss hat, womit ich Jacke und Hose sicher verbinden kann. Wenn ich auf der längeren Tour bin, dann ist das auch eine Komfortgeschichte, aber auch ein Sicherheitsaspekt, dass im Sturzfall eine Jacke nicht einfach hochrutschen kann. Ja, ich denke mir so für die erste Übersicht ist das vielleicht schon ganz umfangreich gewesen. Wenn ihr mehr über diese Jacke wissen wollt, dann schaut einfach mal auf ixs.com nach. Dort haben wir diese Jacke nochmal ganz genau beschrieben. Auch die passende Hose und entsprechend das Herrenmodell. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank.